Es ist dem Feind gelungen, die Front in weiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es warten, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das, Alter? Der Minister hat eine Periode! Jeder hat mit Verlogen, so da hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen. Nie das verreistige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbieten... Nichts als Feiglinge! Verreist ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Kinder hat nicht getestet, nicht mehr als deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur umzuladen, wie mein Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat die Gehge nur als bespickend Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hatte gut daran getan! Von Jahren alle Hörloffiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein! Allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhige dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.